was einpflanzen zu können, außer buchen. Kann's ja auch nie sein. So, haben wir hier. Kultivieren. Gras. Kann ich eigentlich auch außerhalb machen, ne? Aber ich kann außerhalb keine Dings bauen, das ist das Problem. Keine richtige Felder bauen, so. Bauen wir jetzt einfach nur ein kleines Feld. Oh, dazu brauche ich erstmal Holz wieder. Ja, davon habe ich noch ein bisschen was. Mal gucken, wie... Also ich würde es erstmal ausprobieren und mache erstmal nur ein kleines Feld. Ich muss dazu nur erstmal Holz einladen. Du trägst so viel, ja, ja, alles gut. Geben wir doch, ein bisschen Moment. So. Nur mal zum Ausprobieren. Kann man mal hier so ein kleines Feld bauen. Hier so direkt hier so dran. Ist das eigentlich Ebenen, ne? Oh Gott, ich habe keine Lust, das zu Ebenen. Ebenen ist Kacke. Kacke ist das. Was ist das denn hier eigentlich? Nächsten Trophäe. Niemand will den Trophäe. Nächsten Trophäe. Äh, lol. Habe ich alles Fleisch weggebrochen? Offensichtlich. Also ich brauche zuerst den hier. Den hier, so. Oh, und ein Ebenen. Machen wir es mal hier so. Hier sieht es so relativ eben aus. So. Gut. Dann hätte ich gerne den. Und gerne hier so. Jetzt muss ich das mal irgendwie da rankriegen. Irgendwie dazu überreden, dass das da ransnappt. Snappen die? Das kannst du mir sagen. Snappen die? Ich habe gerade nicht das Gefühl, dass sie irgendwie Bock haben zu snappen. Ne, schauen wir mal nicht. Bleh. Das ist ja richtig eklig. Alter, ich sehe nicht, ob der das passt oder nicht. Holy Mann. So. Ach, ich bin gerade noch... Ach, das war das... Okay, okay. Ja, okay. Danke. Habe ich verpeilt. Dachte, es wäre noch das Ruhefleisch. Wow, genau das meine ich. Ich sehe... Ich sehe die Tiefe nicht. Hm? Oh. Hm? Alter. Warum ist denn das... Ich dachte, ich hätte das halbwegs angeebenet. Habe ich nicht. Das sieht halbwegs eben aus jetzt hier. Ich sehe... So, nochmal. Okay. Nein, 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 Blut. So, noch ein Stück zurück, damit es nicht wieder nervt. So. Ich habe es genau gewusst. Genau gewusst, dass das wieder ein Problem ist, ne? Ach, komm, ey. Ich verzweifle hier bald mit den Ebenen. Wie soll ich denn hier eine normale Ebene machen? Ist denn jetzt hier irgendwie... Das ist doch schräg schon, oder nicht? Ich habe es doch geebnet eben. Es war ja schon geebnet. Also, ich gehe ja die ganze Zeit hier mit dem Ebenen-Ding ran. Ich will jetzt ja auch nicht mega was weghacken. Wäre ja ein bisschen dumm, weil dann mache ich ja noch mehr. Guck mal, es sieht ja auch... Es ist ja auch... Also, wirklich... Viel Ebene geht es doch jetzt wirklich schwer... Schwerlich, oder? Ich meine... Also, ich gehe ja auch nicht. Es ist nun wirklich sehr eben, bis auf natürlich da, wo es dann wirklich hochgeht. Aber es ist ja Absicht. So, jetzt aber mal hier richtig... Das ist aber auch von sich aus schon schief. Guck mal. I mean, I mean, es ist doch... Von sich aus schon schief. Das ist doch... Hä? Guck mal, das ist doch schon schief. Das ist so... Wie soll das gerade sein? Das kann ja nicht gerade sein. Verstehe ich da irgendwas falsch gerade? Jetzt kann ich deine Hilfe gebrauchen, Blackie. Du brauchst die Einzäunung nicht für ein Feld. Okay. Ja, aber warum... Was ist denn das für eine Einzäune? Guck mal, jetzt ist dir... Die ist ja von sich aus schief. Ich meine, kann ich ja... Kann ich ja... Kann ich ja auf den Kopfstein zurück? Nee, Gras will ich nicht. Kultivieren. So, kultiviere das mal. So. So. So ein kleiner Kräutergarten hinterm Haus. Oh, ich bin so kultiviert. Völlig ohne Enrage. Völlig kultiviert. So. Kann ich jetzt hier Sachen pflanzen? Wir werden es ausprobieren. Ah. Wow. I love it so much. Keine Ahnung. Geht als Gatter für Schweine, etc. Ja, okay. Schön, hier zuzusehen. Nee, es ist Schadenfreude, Blackie. Sorry, ich spiele das erste Mal an der Stelle jetzt. Das ist... Das finde ich nicht in Ordnung. Ganz ehrlich. Das meine ich ernst. Kann ich jetzt vielleicht das Ding auswählen? Nee. Nee, das funktioniert auch nicht. Da passiert ja nichts. Das könnte man denn noch machen. Reine Logik geschließt mich gerade nicht. Also ich hätte es jetzt höchstens fallen lassen, dass ich das dann pflanze. Direkt mit dem Flur kann ich es nicht pflanzen. Ähm, wenn ich es auf einen Schnellslot lege, esse ich es. Das will ich auch nicht. Hm. Du machst das gut. Naja. Nur ohne Erfolg. Also zumindest wird mir das nicht suggeriert, dass ich hier Erfolg habe. Hm. 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 Vielleicht muss ich es jetzt auch einfach liegen lassen. Ich, ähm. Ich lasse es jetzt einfach mal hier liegen. Und probiere das gleich auch mit Löwenzahn. Ich habe noch einen Löwenzahn in der Tasche. Dann kann man das mal ausprobieren. Mal gucken, ob was passiert, ja? Ähm. So. Kurz wieder reparieren lassen. Äh, nein. Nein, 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 nein. Schöpfel Holz habe ich noch. Das ist angenehm. Jetzt kommt hier rein. Bob. Bob, Bob. Und dann habe ich Fleisch irgendwo reingetan. Genau. Gekochtes Fleisch. Die kann hier wieder rein. Die brauche ich auch nicht. Die brauche ich noch. Den Honig würde ich gerne aufheben, um ehrlich zu sein. Ich meine, da kommt immer noch Honig nach. So ist es nicht, obwohl da kann ich eigentlich nicht mehr. Da kommt so viel Honig nach. Ich habe jetzt schon drei Honigtöpfe. Das reicht erst mal. Ja, mal gucken, ob das was wird. You never know. Was haben wir hier drinnen? Edeles Holz. Ja, okay. Wayne. Kriege ich ihn nicht voll. Wird schon wieder Nacht? Oh, es wird später Nacht. Okay, sorry. Aber dann kann ich den Karren gleich hier abstellen. So, dann mache ich hier noch Wege. Mache ich hier noch Weg lang, zu meinem, zu meinem, hier vorne und so. Ach, schön. Schön wird es hier langsam. Was ich noch brauche, sind auf jeden Fall die Standfackeln. Die muss ich mir noch hinstellen. Ich gehe jetzt schlafen. Mal gucken. Vielleicht wächst es hier über Nacht. Oh, was ich noch bauen könnte, wäre jetzt nochmal der... Tag 36. Okay, es passiert immer noch nichts. Muss ich jetzt vielleicht noch ein paar kultivieren? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Brauche ich noch den Wachturm? Wir wackeln los. Das ist jetzt... Darf ich jetzt? Jetzt? Nein, nicht öffnen. Jetzt. Danke. Achso, ich wollte mal in die Richtung gehen, wegen Dings, ne? Wegen Zinn. Können wir auch nochmal machen. Nein. Doch. Ja, vielleicht. Ich gehe Kupfer holen. Ich glaube, ich gehe Kupfer holen, weil dann habe ich Kupfer schon fertig. Und dann kann ich mich direkt nach Zinn umgucken. Die haben ein schönes Zügengeräusch. Das ist ja... Kann man so sagen. Nee. Habe ich denn da markiert eigentlich? Vor allem habe ich sogar Zinn markiert. Mal gucken. Vielleicht ist da noch... Ist da noch was übrig. Aber Zinn geht nicht in den Boden rein, oder Bucky? Also Zinn sind wahrscheinlich wirklich nur die Steine, die hier vorne rumliegen. Ich echt seit einer Million Jahren keine mehr habe. Ich glaube, ich habe hier alle weggefarmt. Was schwierig ist. Au. Bist du doof? Hör auf mit Stein zu mir, nach mir zu werfen. Das ist doch mal... Der Wunsch... Die Härte! Ah, da mal gut ziehen. Nicht, dass ich wüsste... Mh... Sad face. Oh, fuck. Da kommt der Troll. Einer von zweien. Wo zum Geier hast du denn eine Keule plötzlich her? Hat er da schon immer eine Keule? Lass mich in Ruhe. Gut, dass ich gestern Nioh gespielt habe. Uff, schlecht, dass ich... Au. Gut, dass ich gerade Honig gegessen habe. Shit. Für Zeug gelegt. Fuck. Autsch. Das darf nicht nur mal passieren. Das ist hier meine Ausdauer, ey. Mit Troll... Mit Keule... No. Fuck. Oh, ey. Nicht gegen die Umwelt, ne. Wie immer. Wie immer an solchen Spielen. Das darf nicht nur mal passieren. Ach. Eieieiei. Schwierige Geburt. Gut, dass ich Honig gegessen hatte, ne? Hast du Zinn? Du hast keinen Zinn. Okay. Kann man ja sagen... Warte, ich für eine Schmelze brauche. Äh. Kann ich dir auch sagen, wenn du möchtest. Ich habe ja nur Schmelze mittlerweile schon. Ähm. Du musst einfach, äh, ähm, Südlinge finden. Du musst also in den Dungeon gehen und diese, diese Glimmsteine finden. Und dann hast du die, ähm, für die Schmelze den, die Dings. Äh, die, die Blueprint. So, wo ist jetzt mein... Äh, ist halt was. Wo ist mein Karren hin? Habe ich hier irgendwo gerade fallen lassen? Gerne, gerne. Da ist er. Hi. Es ist ganz schwierig, was du hier machst. Wagen. Wirklich. Ich kann erst nicht befürworten. Komm mit, Wagenvegin. Die blöden Trolle respawned, Alter. Naja, okay. Einen Troll brauche ich eh noch. Dann kann ich mir den Umhang bauen. Da freue ich mich drauf. Dann habe ich den Set-Bonus. Und irgendwo hier sollte noch Dings liegen. Oder habe ich das eventuell schon abgebaut und nur nicht weggemacht? Ja, sieht ganz so aus. Ja, sieht aus. Ich habe den Zinn schon abgebaut. Mmh, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Jetzt ist es schon wieder Abend? Alter, das ist doch nicht wahr. Wie kurz sind denn die Tage? Da kannst du mal eben den Troll töten und dann ist es schon wieder vorbei. Und wo habe ich schon wieder meinen Wagen gelassen? Ich sage ja, der Wagen braucht eine Markierung auf der Karte. Go-Kart, Go-Kart. Im Wasser. Er ist runtergefallen. Ähm, wo ist mein Wagen jetzt? Da habe ich doch eben hier irgendwo abgestellt. Scheiße. Oh. Ich höre einen weiteren Troll. Okay. 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 Gegen die Sonne ist gemeint. Oh nein, da hat er schon wieder Ätz. Oh, ein Beeren. Beerenkatapult. Du nervst. Au. Scheiße. Ach, diese blöde Ätz immer, die mir hinterherlaufen. Ihr seid schuld, dass ich sterbe. Aber kurz Ausdauer, kurz Ausdauer, kurz Ausdauer holen, Ausdauer weiterholen, Ausdauer laufen. Das war aber noch ganz viel Platz. Das war genauso geplant. Heute ist, äh, schwierig. Oh, falsche Beine, da werde ich in die falsche Richtung laufen. Stirb doch. Ich meine, hey, das ist überhaupt kein Problem. Trolltoffee, oh, nice. Jetzt, keine, nice. Aber, der dumme Arsch, doch hat er. Oh, wollte ich schon sagen. Er hat die Trollhaut nicht fallen lassen, das wäre richtig doof gewesen. Das wäre richtig dumm gewesen, ey. Imbeere, okay. Das wäre richtig blöde. Richtung umzäunter Busch, meintest du. Mal eben schnell den Kupfer holen. Ja, ja, genau, so, Chris. Jetzt wird schon wieder Nacht. Das ist doch kacke. Ich sollte den Weg machen. Das sollte ich mal machen. Den Weg dahin zum Kupfer. Andererseits, das Kupfer bleibt doch nicht ewig da. Ja, ich glaube, ich gehe zurück. Es wird jetzt eh Nacht. Ich gehe zurück. Und lasse den Wagen dann mal da. Ich brauche nicht mehr so viel Kupfer. Und, ähm, die nächsten... Will den nicht mal aus, gut. Die nächsten, ähm, Kupfervorkommen sind alle mitten hier im Dunkelwald, wo es super gebirgig ist. Da sollte ich höchst... Sollte ich vielleicht die Hacke mitnehmen und einen Weg mitnehmen. Einen Weg machen. Das wäre eine Möglichkeit. Also, wenn ich dann einfach das nächste Mal hinlaufe. Oder jetzt noch hinlaufe. Kann auch jetzt noch hinlaufen. Dann machen wir es mal so. Habe ich die Hacke mit? Ne, habe ich nicht. Ich für solche Ideen aber auch mal zu spät komme erst, ne? No! Also, er kann kaputt gehen. Okay. Okay, gut zu wissen. Schade. Cargo. Vieles Holz. Na, ist egal. Gut. Ah, haben wir ausprobiert. That's for the test. Also, das ist alles for science. Zwei Niese Trolle, ey. Aber ich kann mir jetzt den Trollumhang bauen. Let's go. Die volle Trollluft habe ich dann. Weiß. Könnte auch die Schmiede anhauen, mal langsam. Dass das Kupfer durchläuft. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas da gebracht hat. Aber wir gucken einfach mal. Trolle Trolltuniga. Trolle Trolltuniga. Da ist noch so. Äh, wo ist es denn? Was fehlt denn noch? Da fehlt noch irgendwas. Knochen, zehn Stück. Na, das kriegen wir doch hin. Was kriegen wir locker hin? Wo sind hier die Knochen? Da. Trolle Mann. Geil. Super cool. Das heißt, ich schmeiße wieder was raus hier. Ähm, der Bogen kann hierbleiben. Die Kräuter. Feuersteinachs bleibt hier. Die braucht kein Mensch. Muss ich irgendwo anders hinschmeißen, glaube ich. Sonst, äh, flanz, äh, sammle ich immer wieder ein. Ähm, der kommt da hin, genau. Genau. Ich brauche eine Trophäentruhe. Ganz, ganz eindeutig. Ich brauche definitiv eine Trophäentruhe. Die mache ich jetzt auch. Der ist mir langsam zu doof hier. Ähm, da. Ähm, da. Da. Konnte man doch auch hier übereinander machen, ne? Gibt das nicht auch? Ich war mir sicher, das konnte man doch übereinander stapeln irgendwie. Aber irgendwie geht es hier nicht. Na gut, schade. Vielleicht muss ich da auch einen Balken vielleicht anbringen. Auf die Hälfte ungefähr. Bin ich mir ganz sicher. Es ging auch irgendwie. Egal. So. Ich müsste hier jetzt natürlich der Schmiedekram rein. Bio. Das ist alles Bio. Bronzenägel. Warum brauche ich den Bronzenägel in der Tasche? Wo brauche ich den Bronzenägel her? Cool. Dann brauche ich ja noch weniger Bronzenägel. Das ist ja nett. Das finde ich nett. Jetzt kann ich den ganzen Trophen mal rausnehmen. Viel Spaß noch. Einmal mal ausprobieren. Bis morgen. Alles klar, Blakey. Bis morgen. Schönen Abend wieder hoch. Danke fürs reingucken. Bab, 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 bab. So. Wo sind jetzt die Hirschdinger? Die hätte ich ja auch noch irgendwo. Die Hirsch-Trophäen. Oh ja. Da rein. Äh. Da rein. Da habe ich schon eingesammelt. Okay. Ähm. Gibt es noch irgendwelche Trophäen? Ich habe noch die... Oh. Oh. Wow. Wow. Münzen. Hier noch Trophäen. Gerade nicht. Aber ich habe hier noch nix mit Trophäen. Die liegt doch bestimmt hier noch draußen rum, oder? Was so genervt hat. Und Blüvenzahn. Nein. Nixentrophäen. Frost and Nixentrophäen. So. Davon habe ich auch tatsächlich mal eine gehabt. Das wusste ich nicht.